Wenn wir so über das Leben reden und nachdenken, dann hat das überhaupt nichts mit Sitzen zu tun. Mit ruhig da sitzen und einfach so abwarten. Leben hat immer etwas mit Bewegung zu tun. Wir sprechen ja vom Lebensweg. Wir sprechen von einem Leben auf der Überholspur. Und vielleicht stören wir uns auch daran, wenn wir ausgebremst werden. Ganz gleich, ob Schule oder Arbeit, wir sprechen von der Laufbahn. Vielleicht eher dann auch die Tretmühle, in der wir da irgendwie drin sind. Hat alles was mit Gehen an ganz vielen Stellen zu tun. Es stellt sich immer wieder dann auch raus, dass so manche Wegführungen gut waren. Und manch Wegbegleiter vielleicht eher herausfordernd. Auch in dem ganzen Lebensweg merken wir, da ist ganz viel Bewegung, da ist ganz viel Gehen mit drin. Wenn du für etwas bist, dann ist ganz klar, dass du sagst, da gehe ich mit. Es gibt Momente, da musst du wirklich vorangehen. Und wenn du gegen etwas bist, dann muss man auch mal dagegen angehen. So versuchen wir in unserem Leben, in unserem Alltag immer wieder auch Schritt zu halten mit den Veränderungen, die auf uns einprasseln. Und selbst wenn wir uns auch mal hinsetzen, die Zeit rennt. Das Leben geht weiter. Und bei so viel Leben und Gehen ist es doch wunderbar, dass auch Jesus genau jemand war, der unterwegs war. Nicht umsonst hat man ihn Wanderprediger genannt. Er hat die Menschen in die Nachfolge hineingerufen. Er hat gesagt, komm, folge mir nach, geh mit mir und ich will mit dir auf den Weg gehen. Er war derjenige, der als Wegbegleiter zur Verfügung steht und uns diesen Weg zu Gott, dem Vater, geebnet hat. Das ist der Lebensweg, den wir gemeinsam gehen und dort, wo wir einfach unterwegs sind. Und so ist es, denke ich, auch völlig nachvollziehbar und auch immer wieder gut, sich die Fragen zu stellen, ja, wohin sind wir denn unterwegs? Und auch wer begleitet uns? Also ganz konkret für dich, wohin bist du denn unterwegs? Und wer begleitet dich auf diesem Weg gerade? Ich stelle mal eine These auf. Ich glaube, dass Jesus für mich unterwegs ist und so auch für dich. Und ich glaube, dass er mit uns unterwegs ist. Auch wenn wir das häufig vielleicht gar nicht wirklich so wahrnehmen. Ich glaube, da sind wir den Jüngern, den Emmaus Jüngern sehr, sehr einig und erleben genau das auch. Nicht immer merken wir, dass Jesus mit uns wirklich unterwegs ist. Aber genau das sollte sich vielleicht heute ändern. Vielleicht auch nur einen kleinen Bruchteil, dass wir merken und wahrnehmen, dieser Jesus, der geht mit mir. Im Leben und im Alltag wird es uns aber nie gelingen, alles aufzunehmen, alles, was wir sehen, alles, was wir riechen, alles, was wir hören, all das. Und dann kommt noch dazu, was unser Körper uns sagt, unsere Gefühle, unser Bauch und auch unser Kopf. Es wäre eine totale Reizüberflutung, wenn wir das nicht filtern würden. Das heißt, wir müssen an der Stelle irgendetwas weglassen. Die Frage ist halt nur, warum lassen wir an mancher Stelle einfach Jesus aus unserem Leben heraus und nehmen viele andere Dinge wahr? Jesus ist derjenige, den wir am wenigsten in unserem Lebensweg ausblenden sollten. Wenn wir ihn überhaupt gar nicht auf dem Schirm haben, ihn gar nicht in unserem Fokus oder vielleicht damit auch rechnen, dass er uns begegnet, dann ist es wirklich ganz normal, dass wir manche Wegstrecken ohne ihn gehen. Zumindest denken wir, dass er irgendwie nicht dabei ist. Und dann merken wir es auch nicht, wenn er wirklich da ist und uns mal auf dem Weg mit begleitet. Jemals Jünger, die haben das ganz wunderbar miterlebt. In dem neueren Teil der Bibel, in der Geschichte von Lukas, der alles über Jesus aufgeschrieben hat, lesen wir genau das im Vers 16. Aber es war, als ob ihnen jemand die Augen zuhielt und sie erkannten ihn nicht. Sie waren blind. Blind für denjenigen, der mit ihnen gelaufen ist. Sie konnten Jesus nicht in ihrem Blick haben. Anderes war gerade wichtiger. Die Trauer, ja vielleicht eine Depression über das, was da passiert war. Sodass dieser Wegbegleiter eher nur ein ganz einfacher Mann war. Ganz normal eben. Ja, der Mann, der hat interessante Fragen gestellt. Ja, der hat zugehört. Und anscheinend hatte er einen gemeinsamen Weg, aber mehr war an dieser Stelle da dann auch nicht. Jesus ist mit ihnen unterwegs, er redet und sein Blick und sein Fokus ist voll auf den beiden. Da gibt es nichts Wichtigeres. Was er aber nicht macht, er drängt sich nicht auf. Er weckt Interesse, absolut. Aber er drängt sich nicht auf. Der Vers 28 bringt uns das ganz, ganz deutlich. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus, der alte Fuchs. Jesus tat so, als wollte er weiterziehen. Mal schauen, wie die Jünger darauf reagieren. Da drängten sie ihn, bleibt doch bei uns. Es ist fast Abend und der Tag geht zu Ende. Er ging mit ihnen ins Haus und blieb dort. Das ist eine ganz typische Situation für Jesus. Er ist mit voller Aufmerksamkeit bei uns und er begleitet uns. Er weckt das Interesse und dann mal sehen, was daraus passiert. Er drängt sich nicht auf. Aber Einladungen, Einladungen, die nimmt er sehr, sehr gerne auch an. Nicht nur hier in der Geschichte, sondern in ganz vielen anderen Begegnungen. Er lässt sich sehr gerne einladen. Hast du Jesus schon mal eingeladen? Eingeladen auf dem Spaziergang? Eingeladen auf dem Café? Eingeladen mal zum persönlichen Gespräch? Natürlich ist er da nicht real da. Aber dein Blick und dein Fokus ist voll auf ihn gerichtet. Wenn du dir die Zeit mit ihm nimmst, wenn du einen Weg gemeinsam mit ihm gehst. Es macht dir bewusst, dass jetzt eine Zeit ist, wo Jesus ganz nah bei dir ist. Und dann ist alles andere in dem Moment unwichtiger. Und es gibt noch eine zweite Art und Weise, ein ganz anderes Extrem, wie Jesus uns eben auch begegnet. Wir hüpfen in dem Bericht von Johannes. Der hat auch einiges mit aufgeschrieben. In Johannes Kapitel 20, Abvers 19. Als Hintergrundinformation. Die Kreuzigung war geschehen. Die Auferstehung war geschehen. Und jetzt sitzen die Jünger verängstigt zusammen. Es war Abend geworden. An diesem ersten Wochentag nach dem Sabbat. Die Jünger waren beieinander und hatten die Tür fest verschlossen. Denn sie hatten Angst vor den jüdischen Behörden. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Und wenig später, eine ganz ähnliche Erzählung, Vers 26. Acht Tage später waren die Jünger wieder beieinander. Diesmal war Thomas bei ihnen. Wieder waren die Türen fest verschlossen. Warum auch immer. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Plötzlich und unerwartet ist Jesus da. Und für alle ist sofort klar, das ist nicht irgendein Mann. Das ist Jesus Christus. Das ist unser Retter. Auf den haben wir unsere Hoffnung gesetzt. Er tritt in die Mitte. Und er bringt den Frieden mit. Eine verschlossene Tür. Vielleicht auch eine verschlossene Herzenstür. Die hält ihn hier nicht auf. Und klar ist, hier kommt der Sohn Gottes. In einen Raum oder in ein Leben. Und in dieser Spanne von unbekannter Wegbegleiter bis hin zu, hier bin ich, der Sohn Gottes. In dieser Spanne begegnet uns Jesus und er ist mit und für dich unterwegs. Genau da macht er die Meter für dich. Vielleicht hast du ja schon beide Erfahrungen gemacht. Einen Wegbegleiter, wo sich später erst festgestellt hat und herausgestellt hat, ich glaube, das war Jesus. Der hatte seine Finger da mit im Spiel. Oder eine andere Begegnung, wo dir auf den Schlag bewusst wurde, jetzt ist Jesus wirklich da. Jetzt steht er oder sitzt er neben mir und du erkennst ihn sofort. Aus diesen Begegnungen können wir drei Sachen wirklich auch lernen für uns. Der Schwerpunkt liegt auf dem allerersten heute. Das erste ist Umkehr. Korrektur und Lebensveränderung. Die beiden Jünger, die nach Emmas unterwegs waren, sie liefen weg von Jerusalem. Weg von dem, was da passiert ist. Sie liefen weg vom Haus Gottes, vom Tempel. Sie liefen weg von der Gemeinschaft, in der sie vorher die ganze Zeit waren. Sie liefen weg von dem, was sie gerade erlebt haben. Also ihrer eigenen Geschichte. Und vielleicht war da auch noch so viel mehr, was sie wirklich hinter sich lassen wollten. Ich glaube, es war auch eine ganz große Enttäuschung bei ihnen. Genau deshalb wollten sie einfach weggehen. Lukas hat das so deutlich gemacht in dem Vers 21, in diesem Gespräch, was sie hatten. Wir hatten doch gehofft, dass er, also Jesus, der erwartete Retter Israels ist. Welche Hoffnungen hast du auf diesen Jesus gesetzt? Oder welche Erwartungen hast du von Gott? Und was passiert, wenn diese nicht erfüllt werden? Gehst du dann auch erstmal weg? Lässt du das auch erstmal zurück? Das Gefühl, aufs falsche Pferd gesetzt zu haben? Ich glaube, das schwingt hier absolut mit. Und jetzt, natürlich, jetzt muss das Leben weitergehen. Wie auch immer. Aber ich denke, sie bekommen es hin. Sie gehen, sie gehen weg. Sie schlagen einen ganz anderen Weg ein. Und Jesus? Jesus geht mit. Für Jesus ist es selbstverständlich, dass er diesen Weg auch mitgeht. Jesus hört sich das alles an. Manches Gejammer, manche ernsthaften Fragen, manches auch, was sie nicht sagen können und eher mit Schweigen zum Ausdruck bringen. Er begleitet sie, er ist für sie unterwegs. Jesus lässt sie und dich nicht einfach so gehen. Dein Weg ist auch sein Weg. Er geht mit dir. Und dann gibt es diesen einen Moment, wo sie da sitzen, durch was auch immer wird ihnen klar, das war Jesus. Dieser eine ganz besondere Moment, wo sie aufspringen und dann schnell wieder umkehren. Sie laufen zurück nach Jerusalem. Sie laufen zurück Richtung Gottes Haus. Sie laufen wieder zurück in die Gemeinschaft mit den anderen. Und sie kehren auch wieder um und verändern ihr Leben zu Jesus Christus hin. In dieser Geschichte passiert das innerhalb von ganz, ganz wenigen Stunden. Ich glaube, an vielen Stellen ist es ein langer, langer Weg. Und auch denen geht Jesus mit. Der volle Fokus liegt auf dir. Er hört dir zu, er begleitet dich und er redet auch mit dir. Ich glaube, dass dieser Weg vielleicht eher ein ganz, ein langer, langer Bogen ist. Mit kleinen Veränderungen. Mit kleinen Korrekturen. Nicht immer ist es eine 180-Grad-Wende wieder hin zu ihm. Auffällig ist, dass Jesus ihnen ganz viel von der Bibel erzählt. Er erklärt es ihnen. Er erzählt ihnen die große Geschichte, die Gott mit den Menschen vorhat. Die große Geschichte, die Gott mit dir vorhat. Er fängt bei diesen Geschichtsbüchern an. Er geht weiter über die Propheten. Über die Psalme. All das, was sie eben damals auszugsweise dann auch hatten. Wir hatten damals nicht jeder eine eigene, vollständige Bibel. Das ist ein absolutes Privileg, was wir haben. In ganz unterschiedlicher Form und Farbe. Analog oder digital. Es ist nicht selbstverständlich. Und doch steht da so viel drin. Und ich möchte dich an der Stelle ermutigen. Wenn du Jesus kennenlernen willst, beschäftige dich mit dem Wort Gottes. Beschäftige dich mit der Heiligen Schrift oder einfach beschäftige dich mit der Bibel. Da wirst du das große Ganze erleben und erfahren. Sag nicht einfach, das kenne ich schon alles. Ich glaube, an vielen Stellen, die wir immer wieder lesen, vielleicht auch in einem anderen persönlichen Zusammenhang, werden wir Neues entdecken. Und Gott selbst wird uns auf manche Stellen genau hinweisen, wo uns auf einmal wie Schuppen von den Augen fällt und wir verstehen, was dort dann steht. Lass sie nicht im Regal verstauben, sondern nimm sie hervor. Das sind hervorragende Leitlinien für dein Leben. Für einen guten Lebensweg. Und Jesus auch nachzufolgen und Gott kennenzulernen. Hier werden dann die Fragen aufkommen. Wie gehst du damit um? Was bedeutet das für dich? Und vielleicht wird sich auch ein Gefühl breit machen, wo du lieber sagen würdest, umgehe ich das? Was ich da gerade gelesen habe? Umgehe ich es, weil ich es nicht in meinem Leben haben möchte? Auch das wird passieren. Umkehr, Korrektur, Lebensveränderung. Das ist das, was Jesus auch seinen Jüngern zuletzt mit auf den Weg gegeben hat. Lukas hat hier in einem der letzten Verse das so beschrieben, Vers 47. Und allen Völkern muss in seinem Namen verkündet werden, ändert euer Leben. Gott will eure Schuld vergeben. Diese Lebensveränderung, die war Lukas noch im Kopf. Die war für ihn ganz, ganz wichtig und hängen geblieben. Wir erleben es bei den Jüngern, die Umkehr. Und eben dann auch diese Auftragsformulierung. Ändere dein Leben. Gott will deine Schuld vergeben. In diesen zwei Sätzen ist die ganze Ostergeschichte zusammengefasst. All das, was Jesus mit auf den Weg gegeben hat. Alles, was Gott für dich getan hat und schlussendlich auch was daraus folgt. Markus, der auch die Geschichte von Jesus aufgeschrieben hat, hat einen anderen Auftrag verstanden, einen anderen Schwerpunkt gelegt. So lesen wir in Markus 16, den Vers 20. Die elf Jünger zogen los und verkündeten überall die gute Nachricht. Hier könnte man schon sagen, genau dieses verändert euer Leben. Gott will euch die Schuld vergeben. Das könnte man als gute Nachricht verstehen. Aber hier für ihn etwas ganz Besonderes. Der Herr wird mit ihnen am Werk, war mit ihnen am Werk und bestätigte ihre Worte durch viele wunderbare Zeichen. Das Bild vom Meister und vom Lehrling, das ist mir sofort eingefallen. Heute im Handwerk Gang und Gebe, immer noch aktuell. Jesus wurde auch immer wieder Meister genannt. Und irgendwie total cool, so einen Meister zu haben. Und wir dürfen seine Lehrlinge sein, Tag für Tag. Und gemeinsam gehen wir ans Werk. Gemeinsam bauen wir Reich Gottes. Er ist derjenige, der dabei ist. Und vielleicht ist genau das für dich auch wichtig. Du bist nicht alleine am Reich Gottes bauen. Du bist nicht alleine auf einsamer Flur, sondern der Meister. Der ist mit dir am Werk. Genau das ist das Zweite. Gemeinsam baust du mit Jesus Reich Gottes. Lernen darfst du jeden Tag von ihm. Aber er ist derjenige, der mit dir am Werk wirklich auch ist. Und dann haben wir noch den Matthäus. Auch da hat er alles aufgeschrieben von Jesus. Und wieder hat er am Ende, also das, was Jesus am Ende sagt, einen anderen Schwerpunkt gelegt. Matthäus 28, der Vers 20. Ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Kein Auftrag, sondern nur diesen Zuspruch, ich bin bei euch. Ganz egal, wo du gerade bist, ganz egal, wie sehr du dich gerade einbringst oder nicht, ich bin bei euch. Dieser Zuspruch gilt auch dir. Eigentlich ist es nicht nur ein Zuspruch, es ist ein absolutes Versprechen, was er dir ebenfalls auch gibt. Ganz gleich, ob wir aktiv sind oder passiv. Ganz gleich, ob wir ihn wahrnehmen oder nicht. Aber dieser Jesus ist da. Ich schließe mit der Geschichte Spuren im Sand. Eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten Streiflichter gleich Bilder aus meinem Leben. Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand. Meine eigenen und die meines Herrn. Als das letzte Bild an meinem Auge vorüberzog, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens. Besorgt fragte ich den Herrn. Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand ist. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Da antwortet er, mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie alleine lassen. Erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, dort habe ich dich getragen. Amen.